So, deswegen. Sorry, haben wir jetzt ein bisschen länger gedauert. Gucken wir mal, ob hier so eine scheiße Mücke wieder drin ist. Boah, ich hasse Mücken, ey. Ohne Witz. Wirklich die unnötigsten Kreaturen, wirklich. Neben dem Menschen selbst. Ohne Witz. Ja, das war der Mensch. Ja gut, das Rennen werde ich jetzt nicht die ganze Zeit fahren, weil das macht überhaupt keinen Spaß, diese Kackrampen immer zu fahren. Auch wenn vielleicht die IP ganz okay ist. Wie gesagt, ich wollte nur mal kurz ausprobieren, weil dann sieht die Sache vielleicht schon mal ein bisschen angenehmer aus. Dann kann man sich Upgrades für die anderen Wagen kaufen. Man kann sich die ganzen, ja, äußerlichen Upgrades kann man sich dann auch mal kaufen, so. Weiß nicht, ob die vielleicht irgendwie einen, äh, besser schützen oder so. Könnte ja auch mal sein, so, ne. Wer weiß. So. Naja, aber wir kriegen nicht viel. Naja, 5.000. Bonus, weil wir in Führung waren. Okay. Das ist dann endlich dann. Das wäre natürlich, ist natürlich schade. Dann muss, dann wirst du trotzdem, wirst halt gezwungen, ja, die Rennen alle zu spielen. Gut zu spielen. Scheiß-Trick. So. So, fahren wir mal San Diego. Jetzt kommen wir kürzer. Es wird Zeit für das heutige Hauptevent. Live aus drei. Eins. Du. Wow, really, really, really? Krass, der Scheiß. Das ist heftig. Einmal kurz so ein bisschen gegen die Rampe da und dann boom. Gefickt. Danke, perfekt, super. Ja, ich glaube, das war's, glaube ich, für mich. Das ist schlicht. Oh, come, really? Ach, wir sind kaputt schon, ja, nice. Wollen wir nicht weiterspielen. GG an die Gegner wieder mal. Ganz so super gemacht. So. 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 Na, ich start natürlich. Na gut, wir kriegen natürlich Kohle, indem wir gegnerische Waren kaputt kriegen, aber ich bin da übelst schlecht gegen. Insofern. Selbst im Burnout, wo man das eigentlich einfach hinkriegt, bin ich nicht gut drin. Ah, natürlich. Natürlich, der Grüne. Easy going. Perfect. Gerade was durchgeballert. Naja, nicht ganz, da hinten an deinem Messer, ich weiß, aber trotzdem. Ging nur ums fucking Prinzip. Jetzt meine Gegner immer wieder, äh, aus dem Durchballern. Find ich gut. Find ich gut mit den Flammen, ohne Witz. Okay, ja komm, nähere jetzt. Aber ich nehm, äh, nehm lieber ein bisschen Seitendamage. Ja, der wollte unbedingt. Wollte es nicht, aber er wollte es unbedingt. Ob wir ihn dadurch auch zerstört. Oh, der Grüne ist kaputt. Den ich noch lobend gesagt habe, perfekt. Er stört. Okay, Leute, es sind nur noch vier Wagen da. Das heißt, wir könnten, äh, höchstwahrscheinlich, einfach easy, äh, durchfahren. Gut, fährt es uns noch drei. Bin er zerwischt. Ich glaube, den, der das Frontal erwischt hat. Ne, der, der in meine Richtung war, der ist zerstört. Geil! Nur noch, nur noch, nur noch zwei. What the fuck, das hatten wir jetzt noch nicht geschafft. Das ist cool. Ich lass mir jetzt Zeit, ganz ehrlich. Also, ich fahr jetzt auch nicht schneller, ganz ehrlich. Da ist der. Wäre natürlich mal schön zu erfahren, was passiert, wenn wir alleine nur sind. Aber ich glaube, der will auch einfach den Sieg jetzt noch durchziehen, nur dann ist auch okay. Geld kriegen wir allgemein sehr wenig, ey. Dafür halt die EP, was ganz gut ist. Wieder neue Sachen im Shop, mit den Masken. Mut ist. Ja, Nitro ist okay, aber die anderen Sachen sind einfach wichtiger. Jetzt, was machen wir? Die Reiten, denke ich mal. Und wenn das falsch ist, dann ändern wir es halt wieder. So, kam die Cards nochmal fertig, dann machen wir jetzt mal eine Serie. Weil die müssen auch erledigt werden. Ja. 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 Sorry für diese Geräusche, das ist meine Air-Up-Flasche. Ich weiß nicht, die macht, glaube ich, allgemein so komische Geräusche. Ja, ich benutze Air-Up. Air-Up und Holy. Beides benutze ich. Und beides ist gut. Und das ist gut. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 vor allem ist es hiermit schneller als der ok krass naja keine Chance gehabt die waren schneller leider das finde ich immer so ein bisschen scheiße ich bin auf Reifen gegangen weil ich dachte ach komm Lenkung ist alles und schon sagt einem das Spiel direkt hättest du mal Motor gemacht ja Getriebe lasse ich irgendwie lasse ich außen vor das wird dann verbessert sobald alle anderen beiden Sachen hoch sind ich weiß gar nicht eigentlich ist Getriebe gut oder sollte gut sein aber ich habe hier nur schlechte Erfahrungen mit Getriebe gemacht weil immer wenn ich Getriebe drin habe war der Wagen eigentlich noch schlechter ist vorher deswegen habe ich kein Getriebe gemacht schön man merkt hier richtig wie gut die Reifen sind in diesem Rennen und zwar gar nicht die Reifen sind ganz auf derхle xxx haben wir eine neue Zeit verandonne Sehr, sehr guter Platz. Natürlich, weil er mich absolut gottgleich erwischt hat. Das Problem war einfach nur, meine Gegner, no problem, easy durch, easy durch. Bei mir? Keine Chance. Mal wieder. Ja, die Lenkung, Lenkung. Ich kann nichts machen. Diese Kurven sind für den Wagen einfach nicht gut. Obwohl Reifen echt extrem oben ist bei mir. Na ja, darf ich noch mal noch machen. GG, GG an euch, Alter. Habt ihr wieder, Kollektiv hat wieder richtig gut Points gemacht. Ganz entscheidend. Bruder, was ist denn los, Alter, mit euren Scheißbenachrichtigungen? Man. Reicht. Las Vegas ist der Schauplatz des heutigen Events. In diesen Rennen gibt es keine Freunde. Drei. Eins. Zuh. Ja, wenn ich halt erster gewesen wäre, so hier, wäre gut. Aber ganz ehrlich, ähm, ich hab gute Reifen, aber anscheinend ist die Lenkung einfach trotzdem nicht gut bei so welchen Kurven. Aber ich brauch halt den Speed, den dieser Wagen hat, weil ansonsten hab ich ja keine Chance gegen die anderen. Die anderen dominieren ja komplett so, ne? Das ist die Scheiße halt. Das ist die Schauplatz. Na gut, hier haben sie sich jetzt diesmal nicht zerstört, aber trotzdem. Das Gute ist wirklich, dass man sich schnell einen neuen Wagen machen kann. Und dann einfach die Upgrades anders wie umstellt. Das finde ich ganz cool. Wenn man denkt, scheiße, ich habe einen falschen Upgrade gemacht, zum Beispiel Getriebe. Also ich finde, Getriebe ist eigentlich gut, aber ich weiß nicht. Hier in dem Spiel bin ich nicht überzeugt. Finde ich. FIRE IMPLIMM spielt mit Corrin zusammen? What? Äh, mit FIRE IMPLIMM mit Fortnite? Was zur Hölle? Also man kann ein Skin machen, dass man einen FIRE IMPLIMM-Character spielt. What the fuck? Was habe ich verpasst? Ich spiele trotzdem kein Fortnite. Ich spiele trotzdem kein Fortnite, nein. Werde ich nicht. Ich mag, ich mag, ähm, also nicht wegen dem Hype etc. Sondern das ist, äh, das juckt mich nicht. Aber ich bin kein, äh, Battle Royale-Spieler. Ich mag solche Spiele einfach nicht. Naja gut, und ich bin in allgemein halt den Ego-Shooter echt sehr schlecht und weiß nicht. Fortnite ist irgendwie nicht so das, was ich... Wäre vielleicht nicht so das, äh, spaßige für mich, denke ich mal. Ich weiß es nicht. Vielleicht, vielleicht wird es spaß, man. Vielleicht beatet man. Aus Just for Fun meine Runde oder so. Aber ich habe zum Beispiel Call of Duty Warzone gespielt. Oder auch das, äh, Call of Duty Mobile. Wobei, absolut nichts meint. Absolut nicht meint. Na? Absolut nicht meins. Absolut nicht meins. Also da bin ich eher so Team Deathmatch, so. Obwohl ich da auch mega schlecht drin bin. Naja, ich bin sehr, sehr schlecht in Team Deathmatch-Spielen. Ich tocke es ganz gerne mal so bisschen, ne. Aber ich bin eigentlich immer so der, äh, der, der, ähm, letzter ist und der echt hohe Deathquoten hat. Leider. Na, und dann sagen auch Freunde und so weiter, hier musst du, äh, musst du, äh, musst du mehr spielen. So, dann, äh, lernst du und trainierst und so weiter und so. Und ich denke mir so... Hat damit nichts zu tun, finde ich. Also finde ich jedenfalls, ne. Natürlich, 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 danke. Herzlichen, super, alles klar, jo. Vielen, vielen Dank. Ja, perfekt. Ja, 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 ja. Sehr schön, sehr, sehr schön. Perfekt. Vielen, vielen herzlichen Dank. Ihr habt auf jeden Fall das Leben gerettet von mir. Vielen Dank für die beste KI, die es auf dieser Welt gibt. 100% keine Chance mehr Erster zu werden. 100%. Und ich konnte noch nicht mal was machen. Dagegen. Ach, Mann. Ich meine, so lange gehen die Rennenrunden nicht, aber... Weiß nicht. Also hier muss ich komplett dominieren. Das ist auch noch diese Scheißstrecke, glaube ich, ne. Ich glaube, ich... Ach, Mann. Ne, warte, es ist normal, das ist nicht mit den Hügeln. Die Hügeln kommen einen da drunter. Aber, damit ich eine reelle Chance habe, Erster zu werden, muss der, der jetzt Erster ist, oder alle anderen, die über mir sind, müssen abkacken. So, die sind alle ein bisschen schneller. So, das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass die verkacken, ist sehr unwahrscheinlich. Na ja, dann krieg ich vielleicht die IP. Kann mir da irgendwas von kaufen, oder so, ich weiß es nicht. Die sind alle so schnell. Ja, wäre natürlich jetzt geil, wenn das jetzt alles so die, äh... Hinter mir sind so, ne. Ich glaube, einen hat es erwischt, glaube ich, von denen, aber... Da müssen noch ein paar mehr dran glauben. Egal, wir spielen es jetzt einfach. Äh... Ansonsten weiß ich nicht. Also bei dem muss ich dann anscheinend den Motor jetzt gleich nochmal wieder verbessern. Anscheinend bin ich einfach viel zu langsam. Weil die fangen ja hier teils ohne, äh, die fangen ja wirklich ohne Fehler. Die rammt sich so ein bisschen, so, aber das war's dann schon. Oh, weil der eine war so ein bisschen am quallen. Okay, das war jetzt überraschend. Muss ich sagen. Hatte ich jetzt null mit gerechnet, aber die sind halt trotzdem schneller als ich. Und jetzt arbeiten die ja sowieso als Kollektiv zusammen. Um den bösen, bösen Spieler auseinanderzunehmen. Okay. Das ist gut, das ist gut. das ist schön dass es dem fahrer gut geht das ist überraschend sechs punkte halt er war zweiter hat mir nichts gebracht alles teilnahme event beendigung des events 100 jahre ist oder kann ich mir voll viel von holen na ja zweiter zweiter platz ist echt und dank bei dem game hier und wie gesagt die ps auch echt sehr echt dürftig na ja es jetzt machen ja ja Das war's für heute. Ja gut, das Rennen krieg ich ganz gut hin. Ja, ist ja auch nur dieses scheiß Grand Canyon, ey. Kurven sind scheiße, die Gegner sind scheiße, alles im Allem ist scheiße. Hat er sich kaputt gekriegt? Ja, natürlich kommt er aus dem Nichts. Bruder, was ist los? Alter. How's the fuck? Einfach direkt an meinem Nacken, der Typ, ey. Alter, einmal kurz einen Fehler gemacht. Einmal kurz einen Fehler gemacht. Sofort sind sie da. Sofort. Bruder. Was für ein Penner, Alter. Das 1,5 Gute ist, man kriegt hier ganz okayen... Ne, ganz okayen... EP. Und Geld kriegen wir jetzt auch ganz gut. Jetzt sind wir schon wieder bei 23.000, das ist schon mal gut. Ne, wenn sich das alles so ein bisschen summiert, kann man schon wieder ein bisschen was kaufen. Wenn gleich der Level abkommt und wieder tolle Sachen hoffentlich da sind. Nein, how? Warum? Warum bei mir? Alle anderen easy peasy, perfekt durch. No problem. Und bei mir? Oh ja. Erstmal schön umdrehen wieder. Einen Überschlag geben. Versuche ich momentan sich dieses Game einfach mal. Fantastische, 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 perfekt. Sehr, sehr gut. Sehr, 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 sehr perfekte Stellen, wo die Autos liegen. Das wird wieder so ein fantastisches Fest. Auch da wieder, Bruder. An allen Stellen, wo man irgendwie noch eine gute Chance hat, auszuweichen. Alles keine Chance. Weil die Autos wieder alles sehr, sehr, sehr gut stehen, ey. Und es sind halt wieder genug Leute noch da, dass die Platzführung mir auch schon wieder komplett am Arsch vorbeigehen kann. Meine Güte. Ja, da müssen halt mehr Autos draufgehen, ey. 4 von 8, das ist echt, echt, echt schon ganz wertig, finde ich. Ja, ist zu viel. An Runden, finde ich. Man versucht auszuweichen, aber es klappt einfach nicht. Naja, weil die alle halt überall liegen, das ist das Problem. Natürlich. Ach, wir sind auch da. Ja, wir waren ja auch nur Zweiter. Kein Problem. Wir waren ja auch nur Zweiter. Und ich glaube, ich habe auch gar kein Dings mehr bekommen, weil ich irgendwo reingestoßen wurde, wo dann sowieso... Ja, perfekt. Kollektiv hat wieder gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Und es ist wieder der Gleiche, natürlich. Es ist der Gleiche. Es sind immer die Gleichen, die gewinnen. Oder es ist jetzt schon wieder komplett egal, welchen Platz ich gleich machen werde. Auch Erster, gar kein Problem. Keine Chance. Ich werde schon wieder nicht Erster. Oh, ist ja schlecht, Alter. Ohne fucking Witz. Ich kann dieses Rennen einfach nicht. Die Gegner machen das einfach wirklich so perfekt, dass du da null eigene Chance hast. Ist unfair, finde ich. Und dann acht fucking Runden. Acht fucking Runden. Was willst du in diesen 8 Runden haben, Alter? Wollen wir dieser gewalttätigen Puppe mir Die rammeln einfach nur noch Einfach nur rammeln Bruder, renne, scheißegal Erstmal wird ordentlich wieder Sachen zerlegt hier Und dann können wir mal gucken Das juckt die hier nicht Ja, dann bitte mal die da vorne kaputt machen Dann ist alles gut Aber das klappt dann leider nicht so ganz Und dann geht's Ja, der ist der Typ einfach, der fährt einfach super, hat Top Speed und so weiter, es läuft einfach bei ihm einfach easy. Naja. Alles wieder kaputte Autos, aber leider nicht die, die mir irgendwas bringen. Außer mir wieder, wenn ich Glück habe, den zweiten Platz safen. Ja, finde ich ein bisschen ungerecht, dass sie nur dem Erstplatzierten echt gut EP geben. Weil es zweitplatzierte bisher gefickt. Sorry für den Ausdruck, aber ist halt komplett am Arsch. Naja. Wir haben heute einiges geschafft, das finde ich schon mal ganz gut. Das ist echt cool. Aber wird halt länger gehen. Einen Punkt. Einen perfekten Punkt. Oh Junge. Nur weil dieser eine Typ immer konstant geil fährt. Einen Punkt, Alter. Ohne Witz. Verlier doch einfach mal, Alter. Ohne Witz, ey. Kann er doch gerne echt mal machen. Einmal verlieren, bitte. Einmal verlieren. Finde ich. Finde ich fair. Ja. So, weiß ich nicht, ob das irgendwas bringt. Außer, dass wir vielleicht ein bisschen cooler sind. Wir wenden jetzt den Motor ein bisschen auf Türen. Weil das einfach zu wenig. So, was machen wir noch? Ja. Ich würd sagen, wir probieren das noch einmal. Ich würd sagen, probieren wir noch einmal. 100.000. Du bekommst fucking 100.000. Are you kidding me? 100.000 bekommt, der der erste Platz ist. Und ich komme mit 6.000. Oder 5.000. Erfahrung. Bruder, das ist doch voll unfair. Das ist unfair. Wenn du 100.000 bekommst, wenn du gewinnst, erstplatzierter, das ist schon dreist. Auf jeden Fall. Und es ist auch immer der gleiche Fillpot. Der Penner, ey. Egal. Wär natürlich schön, wenn der kaputt geht, auf jeden Fall. Aber der geht nicht kaputt, weil der so hart an meinem Arsch dran ist. Das glaubst du gar nicht. Egal. Wie gesagt, wir sammeln Geld. Mit Erfahrung. Vielleicht bringt das für irgendwas. Ich mein, mehr als dass es nichts bringt, kann ja eh nicht passieren. Ah genau, ganz schön viele kaputt. Nicht ungewöhnlich. Oh, Fillpot hat mal nicht, war mal nicht erster. Was ist da denn los? Ja, ich mein, jetzt ein bisschen EP bekommen wir ja. Das ist ja das Gute. Hat mir ja gesehen. Ist ein kleiner Balken nach vorne gegangen. Ne. Das heißt, sowas bringt dann schon mehr. Ja, wenn man EP haben möchte. Ja. Klar, wenn wir 100.000 haben, ist schon gut. Ich denke mal, da wird safe ein Level Up drin sein. Willkommen rein. Naja. Wie gesagt, ich versuche es so, ne, ich versuche es halt so gut wie es geht, wie es in meiner Macht möglich ist durchzuspielen. Aktuell sage ich, es ist halt hauptsächlich Try and Error und du musst halt ne Menge Glück haben. Na, und wenn das alles klappt, dann kann man eigentlich ganz gut äh, na dann klappt es. Ja, aber man braucht halt, wie gesagt, die Portion Glück. Die schon ne Rolle spielt. Die schon ne Rolle spielt. Ja, es sind halt wieder nicht genug Leute kaputt. Das heißt, wenn ich kaputt bin, bringt mir das nichts. Ja, ist halt auch unrealistisch, ne, dass halt so viele kaputt gehen, dass ich, keine Ahnung, viele Punkte bekomme, so, ne. Nicht unwahrscheinlich, aber ich hätte halten müssen, aber ich dachte, so vielleicht schaffe ich es. Verdämlich. Auf jeden Fall bringen Karosserie etc. diese ganzen Upgrades nicht so ne gewisse Verteidigung, wie ich es gerne hätte. Also, das wäre jetzt unfassbar geil gewesen, würden die einen so einen kleinen, äh, ne bessere Verteidigung gegen, äh, Ram und so weiter geben. Das wäre, äh, äh, wäre schon sick. Würde ich auf jeden Fall mega feiern. Aber, gibt es leider nicht. Was sehr schade ist. Hier steht aber auch wirklich wie eine 1 perfekt, ey ohne Witz. Naja, die Autos stehen schon echt sehr sehr gut. Leider. Ok. Jetzt drunter. Ja. Die letzte Runde läuft. Ja. 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 doch alter ohne witz ist es immer dieser penner einfach aber wir haben jetzt eine gute endlage das wäre schön weil nachdem nach dem rennen hier werde ich auf jeden fall den stream benden ja ich muss leider früh raus heute morgen deswegen kann ich leider heute nicht allzu lange machen ich hätte uns wer wobei der taum tut schon klein wenig weh leider es liegt glaube ich auch das liegt auch in dem controller gut ich habe vorher sondern ein bisschen gratulismo gezockt das macht das ich auch viel aus ja oder ich habe einmal motor hoch gemacht und schon bin ich von der geschwindigkeit gar nicht mal so schlecht ich finde eigentlich gar nicht dass wir so gut sind aber anscheinend reicht das hier aus ist ein bisschen merkwürdig aber wenn ihr zum beispiel das spiel nie vor speed undercover für die ps3 zockt ey da brauchst du erstmal eine halbe stunde um das richtige event zu finden in dem die gegner dich nicht komplett zerstören er ist überhaupt nicht balance balance oder so wie auch immer das heißt auf jeden fall du hast ja keine reihenfolge sondern kannst ja frei von der karte auswählen welche wenns du haben machen möchtest sondern was auch nicht schlicht ist sondern überholt doch einfach das wollten die wollten unbedingt erster werden unbedingt die waren da jetzt so geil darauf unbedingt diesen ersten platz zu können zu kriegen das kann ich ganz ehrlich der kam für mich jetzt auch sehr überraschend aber die wollten unbedingt diesen ersten haben ohne witz ja dann nehmt euch da auch gönnt und gönnt euch gönnt euch ich habe nichts davon irgendwie ich meine ich kann das rennen auch mit dem zweiten platz abschließen das wäre kein problem da immer punktetechnisch stehe ich ziemlich gut und selbst wenn der da erster wird werde ich da nicht so ja weil es halt nicht so einen unterschied gibt zwischen ersten und zweiten da gibt es glaube ich nur zwei punkte unterschied und hier ist das eigentlich relativ egal ja ölspur ist schon richtig nervig nervt mich auch sehr so ich habe dich sogar noch einmal überholt ja gut der will unbedingt den ersten ja komm ich kann nicht hier du darfst den ersten haben ja der fährt gerade wirklich wie ein absoluter berserker und ballert einfach easy perfekt durch äh ist wahrscheinlich jetzt so die rache einfach äh dass ich die anderen rennen gewonnen hatte ach verdammt das war vorletzte runde das wäre jetzt die letzte schon dachte ich jetzt gerade wirklich ich habe jetzt mein letztes litros aber benutzt ja wie gesagt er ist so perfekt gefahren hier gönne ich dir den ersten hat nur nichts gebracht weil ich mehr habe als hier alle so 105.000 natürlich kriege ich fahrungsstufe 3 ziehen und sportwagen sind da schön neue modi neue strecken und neue objekte das heißt es war schön mit dem muscle car aber jetzt kriegen wir unseren sportwagen und mit sportwagen dominieren wir anscheinend wieder nö jetzt haben wir alle alle autos freigeschaltet das natürlich geil geil habe ich gesagt ja nicht das andere wort okay du hast keine aufklick du kriegst kein upgrade ist natürlich doof so ich hätte gesagt gehabt ich wollte aber ich wollte einmal den sportwagen ausprobieren ich meine jetzt schon so ein paar sachen da drunter gesehen motor getriebe ist gut würde ja mal kurz fahren naja der hat mich wunderbar abgedrängt der pisser naja der hat mich sehr sehr gut abgedrängt der penner äh ohne witz ja dürfen gerne unfälle sein aber nicht in diesem kacktunnel da ohne witz ja alles klar ist okay ja alles gut wir werden was sehen runden alter wie viele runden so was alter wie viele stunden sollen wir denn noch rennen fahren wie soll ich das bitteschön schaffen alter ist jetzt schon im arsch wie soll ich bitte schon mit dem fucking zehn runden aushalten alter weil ich ticke es nicht richtig und bis jetzt halt kaputt schon naja dürfen gern noch mehr sein so ok achter wenigstens schon mal alles klar achter platz naja immer ein bisschen gut steuerte sich nicht schlecht aber der muss halt noch ein bisschen ausgebessert werden reiten und so weiter auf jeden fall gut leute wie gesagt ich muss jetzt leider schluss machen ich hätte sonst gern weiter gezockt sage ich ganz ehrlich so eine stunde die bestimmt noch gemacht aber leider darf ich nicht ja ich bedanke mich fürs zuschauen hoffe es hat euch spaß gemacht heute waren diesmal nicht so viele ausraste dabei wo ist trotzdem zwei stunden bei diesem game gewesen alter das geht schnell das game so aber geht doch länger als erwartet mist wobei gucken wir mal gerade 34 prozent 11 prozent haben jetzt in diesen zwei stunden geschafft es ist wenig egal wir haben alle autos freigeschaltet und jetzt werden nur noch abgearbeitet alles klar so Leute vielen dank fürs zuschauen wenn es euch gefallen hat abonniert den kanal bitte aktiviert die glocke gebt dem video noch einen daumen nach oben wäre geil und klickt in den